hallo leute und willkommen zu diesem neuen video von uns hallo die elli ist gleich online also die ist gerade noch nicht online weil die elli ist noch nicht online aber die kommt gleich und wir machen heute das golden news chan oder wir versuchen es zumindest ich hoffe jetzt dass noch zehn minuten zeit da okay da ist ja dann sehen wir uns gleich beim jamie wieder nein aber wir sind vor wenig leute irgendwie die haben nicht alle auf igno ja genau bei mir sind viel mehr naja ich habe ich habe den scanner blick ja ich kann ich kann sogar sehen was du für die unterhose trägst ja was welche farbe hat denn was habe ich für in riel in riel hast du die schwarze unterhose an nein ich habe gar keine an gute rufe schreibt da jemand ja moin ja moin gute rufe ich muss noch mal meine grafik runterstellen sonst packt es wieder alles so doll mit schocken geschmack nein du bist nicht in meiner gruppe ich bin doch in gar keine gruppe ja ich bin gruppe eins geil dann komme ich wahrscheinlich gruppe zwei ach halt's maul welche gruppe bist du also leute ich bin gruppe zwei und ich bin gruppe eins und jetzt geht es bei mir los und ich zeige euch wie man das jetzt reitet obwohl wir mich gar nicht sehen oh mein gott ich bin dritte ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich habe ich immer eine schleife und mittlerweile ich habe verloren das kann euch verzeihen i mean how ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe es geht auch schief wenn du nicht aufnimmt falls das schon mal aufgefallen ist das nervt mich ja gerade ja derbe also leute ich bin zehnte in der zweiten gruppe wollte ich nur mal so kurz gesagt haben ja das ist aber schlecht warum habe ich jetzt verloren ich bin doch gut reingesprungen hier habe ich immer eine schleife bekommen die dinge auch du bist geistig behindert jetzt ich bin immer noch zehnte da hinten bist du vielleicht da war ich mal gucken wo bist du ich komme ich bin stopp 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 warte wie glaubst du soo franzis that was the fail video also ohne scheiß ich glaube ich lasse es breiten einfach ich kann es einfach nicht da war mal ehrlich ich kann es nicht auch besser so ehrlich gesagt ja ich bin eine gefahr für die ganze starstelle community alter nachher bist du noch schuld weil server 2 geschlossen wird weil wegen kein schirm breiten können aber ja ihr könnt ja noch mal in die kommentare schreiben was wir noch für ein champ reiten sollen vielleicht und folgt uns auf instagram ja folgt uns auf instagram hier ist unser instagram name eingeblendet und dann dankeschön fürs zuschauen dann wünschen wir euch noch viel spaß an eurem tag und eurem leben in eurem in the life town keine ahnung tschüss in der waschen